Zoe Wanamaker, CBE, ist eine in den USA geborene britische Schauspielerin. Sie lebt und arbeitet in Großbritannien. Leben Zoe Wanamaker ist die Tochter des jüdischen Schauspielers und Regisseur Sam Wanamaker. Ihr Vater war der Initiator für den Wiederaufbau des Globe Theatre in London. Im Alter von drei Jahren zog Zoe Wanamaker mit ihrer Familie nach London. Zoe Wanamaker hat zwei Schwestern, von denen keine den Wunsch hatte, Schauspielerin zu werden. Nach der Schule machte sie verschiedene Ausbildungen, unter anderem Sekretärin, da ihre Eltern gegen ihren Wunsch waren, ins Schauspielgeschäft zu gehen. Trotzdem bewarb sie sich bei der Central School of Speech and Drama in London und wurde aufgenommen. Sie wurde in die Royal Shakespeare Company aufgenommen und erhielt 1981 für ihre Rolle in der Broadway-Produktion Piaf neben Jane Laporte einen Tony Award. Besonders eng arbeitet Wanamaker mit dem Royal National Theatre zusammen. Wo sie im Frühjahr 2007 als Serafina in Tennessee Williams die tätowierte Rose zu sehen war und neben Simon Russell Biel in Vier Lärm um nichts auf. Der Bühne stand. 1990 wirkte sie als Emilia in Trefforn und zwar Filmung von Adelung mit Ian McKellen als Iago mit ihren eigentlichen Durchbruch hatte sie Anfang der 1990er Jahre mit der Fernsehserie Love Hurts. Wanamaker wirkte an zahlreichen Filmprojekten mit. Seit 2000 spielt sie neben Robert Lindsay eine Hauptrolle in der Fernsehserie My Family. In England schon lange als eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation bekannt, ist sie in Deutschland insbesondere durch ihre Rolle der Madame Hooch in Harry Potter und der Stein der Weisen bekannt. In der Krimiserie Agatha Christie's Poirot tat sie ab 2007 an der Seite von David Suchet als Krimi-Schriftstellerin Ariadne Oliver auf. Seit 1994 ist Wanamaker mit dem britischen Schauspieler Gaffin Granger verheiratet mit dem sie in London lebt. Im Jahr 2000 wurde sie von Königin Elisabeth II. zum Commander of the Order of the Order of the British Api ernannt. Filmografie Filme 1987 Armes reiches Mädchen die Geschichte der Barbara hatten 1988 Reptie eine Geschichte von Liebe, Flucht und Tod 1991 Heißer Verdacht 1995 Eine englische Ehefrau 1997 Amy Foster im Meer der Gefühle 1997 Oscar Wilde 1999 David Copperfield 1999 Kampf der Kobolde 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen 2011 My Week with Marilyn Fernsehserien 1978 The Devils Crown 1985 Die Plutonium-Affäre 1991 1991 Fett Chance 1992 Love Hurts 2000 Gormenguest 2000 zu 2011 My Family 2005 Miss Marple Ein Mord wird angekündigt 2005 Dr. Who 2006 Dr. Who 2006 Terry Pratchett's Johnny and I Bomb 2007 2007 zu 2012 Agatha Christie's Poirot Theater 2006 Awakened Sing Bessie Berger Velasco Theater New York 2007 The Rose Tattoo Serafina Royal National Theater 2007 2008 Mucha do about nothing Beatrice Royal National Theater Theater 2 2 2 2